Wie fühlst du dich vor diesem Spiel? Zuerst möchte ich sagen, dass wir eine gegen eine Top-Mannschaft in der Champions League spielen. Und ja, wir haben schon Hinspiel gemerkt, dass Tottenham individuell und natürlich als Team-Mannschaft auch sehr hohe Qualität hat. Ja, morgen wird mit Sicherheit intensiv und sehr schwer spielen. Aber trotzdem, wenn wir unsere Stärke als Mannschaft Leistung zeigen, dann können wir etwas holen.